Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es wieder Highlights und zwar von der Solo Hype Night, die ich am Samstag gespielt habe. Ich weiß nicht genau, wann das Video online kommt, ob Season 2 schon begonnen hat, aber auf jeden Fall ist das jetzt der letzte Cup in Season 1 von Chapter 2. Ich bin mal echt gespannt, was in der nächsten Season 4 Tournaments kommt. Ich hoffe, dass einige Turniere wieder kommen, vor allen Dingen eben als Solo Hype Night und so. Also, wenn euch solche Videos gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen und ihr könnt natürlich auch gerne dieses Video bewerten, kommentieren und teilen, würde mich auf jeden Fall extrem unterstützen. Wenn ihr mal solche Turniere live sehen wollt, dann checkt doch gerne auch meinen Twitch-Knall-Aus. Link dazu ist in der Videobeschreibung und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit den Highlights. Ah, easy, kill abgestaubt. Och, Digga, 75, ich hab hier nur noch. Alter, der wird mir so safe abgestaubt. Wichtig, ich bin grad nochmal in die Zone gelaufen, um mich zu offen. Um mich zu holen. Jetzt hab ich wieder voll mit. Okay, das ist der absolute Bot. No way! Ops. Tschüss, aber wie viele Mets der Typ betreibt. Oh, ich bin grad, ich bin grad, ich bin grad, ich bin grad. Oh, ich bin grad, 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 ich bin grad Lange ich zu essen? Perfekt. Oh, 50 HP. 25 HP. Wie oft lädt mich Benny Magic bitte ein? Wie oft lädt mich an. Wie ist die Punkte? Nein. weißt du überhaupt was schnirscht käse ja das ist auch nur wichtig das wlan ist auch das stört war internet also nicht doll aber demnächst Ehre. Okay. Ist das unfair, Alter. Aber gut, das ist deine Entscheidung, ne? Warum haltest du eigentlich? Ich möchte gerne. Das Essen, glaube ich. Oh, mein Essen ist so gut, das schmeckt mich. Warum siehst du mich? Warum siehst du mich? Dummer Spaß. Warum sieht der mich? Ja. 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 Da wurde der Bildbattle verstanden. Das. Das. Was bist du? Ich hab's nicht geholfen, ich hab's nicht geholfen. Ah, schade.